Verehrte Zuschauer, liebe Trader und Freunde, hier spricht der Prank Schuh von Elliot Weber live mit einer weiteren Analyse im Net Gas, Natural Gas oder Erdgas. Hier müssen wir mal genauer drauf schauen auf diesen Chart. Schon seit Februar gehe ich davon aus, dass wir hier unten mit 94,7% die Welle 2 unten beendet haben. Diese 94,7% stehen unter einem Vorbehalt, da meine Kurshistorie, die ich hier habe vom Net Gas nicht wirklich bis ganz an den Anfang zurückreicht. Von daher bleibt hier bei der Welle 2 eine Unsicherheit auf den, bezogen auf den Rücklauf. Denn wenn wir den Anfangspunkt woanders setzen und wir hatten noch ein tieferes Tief, dann sind das eventuell keine 90% oder über 90%, sondern vielleicht nur 70 oder 80%. Das ist eine Schwäche, was ich schon mehr als einmal angesprochen habe. Diese Analyse, aber hier in meiner Software und mit den Kursen von FXM, die ich habe, kann ich letztlich nur auf diese Kurshistorie zurückgreifen. Das schon mal vorneweg. Und nun zeige ich Ihnen nochmal die Entwicklung hier im Tagesschart. Hier oben die Welle 1. Hier die große Welle 2. Und dann folgt hieraufhin in der Welle 3 hier zunächst mal die untergeordnete Welle 1. In der Welle 3. Und innerhalb dieser Welle 1 hier im Kreis haben wir dann diese 5er Bewegung hier in Klammern. So. Und wenn wir nochmal eine Stufe tiefer gehen hier in diese 1, dann besteht die wiederum aus diese 1, 2, 3, 4, 5. Hier schauen wir jetzt mal genauer drauf. Wo stehen wir hier genau? Und zwar haben wir jetzt hier in dieser Welle 2 Stand jetzt einen Rücklauf von 87,4% gemacht. Das heißt, nur unter der Voraussetzung, dass wir jetzt hier nicht nochmal abrutschen, ein neues Tief machen, geht es jetzt hier weiter. Noch ist alles on track und es sehen auch keine so große Gefahr. Allerdings sehen wir hier auch, dass genau wie hier unten bei dieser Welle 2 das Net Gas alles ausreizt. Wir müssen auch mit berücksichtigen, dass Rohstoffmärkte in ihren Wellenmustern sich anders verhalten als Aktienmärkte oder Aktienindizes, die sich wiederum anders verhalten als Edelmetallmärkte oder Forexmärkte. Ja. Insofern ist das alles nichts Ungewöhnliches, was wir hier sehen. Ja. Und nichtsdestotrotz, wenn wir dann über die 88,7 hinausgehen sollten, hier 88,7% Retracement, dann ist das ein Warnzeichen und man muss erstmal sich orientieren, bevor man jetzt vorschnell in den Markt einsteigt. Das ist dann, wie ich immer sage, die letzte Ausfahrt hier. Ja. Und deswegen würde ich auch hier jetzt in diesem Fall empfehlen, zunächst mal zu schauen, wo das Ganze jetzt ändert. Gerade heute Morgen macht der Markt nochmal ein ziemliches Minus. und wir müssen jetzt erstmal schauen, wo kommt das Ganze zum Stillstand. Nach wie vor gehe ich noch davon aus, dass das hier halten kann und halten wird. Versprechen kann ich das natürlich nicht. Von daher muss spätestens hier unten, da wo die Make or Break Linie ist, auch der Stopp sitzen. Bei 1,96 circa. So, unter der Voraussetzung aber, dass dann diese Welle 2 hier unten ihr Ende findet vor der Make or Break Linie, folgen dann stark steigende Kurse in der Welle 3 bis in den Bereich 4. Und ich sehe auch eine gewisse Korrelation jetzt dann, die wir im Öl haben, im Crude Oil haben. 5. Oud Oil ist auch dabei, noch weiter zu sinken derzeit und wird auch letzten Endes in Kürze irgendwo sein Tief finden. Und ich habe so auf dem Schirm, dass diese beiden Märkte dann getrieben durch irgendein Ereignis, das wir nicht kennen, was uns dann vielleicht auch überraschen wird, dann plötzlich beide in die Höhe schnellen werden. Ja. Also hier ist Vorsicht geboten. Und ich bin nichtsdestotrotz mit einem größeren Stopp hier im NetGas selber involviert und habe damit auch gar keine Probleme, weil das Risiko durchaus kalkulierbar ist für mich. Aber hier würde ich jetzt, wenn ich jetzt einsteigen würde oder jetzt planen würde einzusteigen, würde ich erstmal den Tag abwarten und sehen, was wir denn hier unten noch an Weg machen. Ich rechne eher damit, dass der Kursverfall nach unten so langsam sein Ende finden wird und kann dabei natürlich genauso wenig wie jemand anders ausschließen. dass wir doch nochmal ein neues Tief machen. Aber damit rechne ich derzeit noch nicht. Also die Analyse ist on track, aber der Rücklauf hier ist sehr deutlich gewesen. Als wir hier diesen Weg nach oben gegangen sind, da weiß ich noch sehr gut, wie viele davon ausgingen. Es geht jetzt immer weiter weiter. Und auch hier habe ich klar und deutlich gesagt, es kommt jetzt erstmal ein deutlicher Rücklauf, was es seither auch genauso passiert ist. Da wir aber noch in der laufenden Bewegung sind, macht es jetzt keinen Sinn, jetzt schon einzusteigen, ohne ein Signal für eine Umkehr zu bekommen. Darauf sollten Sie warten. Und ich beobachte das auch und gebe Bescheid, wenn es so was ist. Das war es hier vom Erdgas, vom Natural Gas. Danke fürs Zuschauen. Der Frank Schuh von Elliot Räver live.